Musik Irgendjemand muss die ZDW von hinten halten, ne? Da ist ne Drohne von uns Ja, ich hab die Drohne vorne Nein! Hinter der scheiß Metallding Ich hab die nicht gebraucht Ja, hinter dem Stein, denke ich... Von hinten kommt die Mira Office Hallway Die Drohne ist weg Chris, von rechts kann Mira kommen Du könntest reingehen und planten Tür auf der Tisch Planter? Bitte, steht da Wie war es in der Tür bei dir, Ims? Oh Gott! Das tut mir leid, das tut mir leid Überleg einfach Beide, beide ausgenommen Two guys down Schön Good Job Oh, ich suck gerade Hart rein, tut mir leid Denen Jäger hätte ich haben müssen Wirst du das haben? Meine Monti-Strategie Einfach an der Ecke stehen Und alle rennen die an mir vorbei Ja, ich liebe es Ja, ich liebe es Vor mir Glauben Schreibe hier zu sein, ich gucke nicht mehr Ich gehe hier durch Und den Droh zu machen, Michi, ich deck nicht mehr oben Ich mache den Dropper ja auch Auch hier A Gibt es auf B einer? Ja, auf B ist einer Hals Hals Ah, fuck Bogen wir direkt Warte Warte Warte, warte Ich glaube Leute Glanzet Hä? Geht der da? Ach der Äh Und wo ist der? Die Füße liegen da Ja, wir sind alleine Ja Warum pushst er auf die da hin? Denk mich nur von hinten Hm? Oh Was? Bei mir Bei mir Bei mir Lefter Moved weg Kann bei dir kommen Kann bei dir Kann bei dir Was war das denn für ne Taktik? Wie viele Leichen liegen denn da? Das ist das gesamte Team Wie viele Leichen liegen denn da? Wie viele Leichen liegen denn da? Wie viele Leichen liegen denn da? Bei mir Wie viele Leichen Wie viele Leichen Wie viele Leichen Wie viele Leichen Die Urinale, die... Alter. Er hat eine Granate geschmissen. Warum lauft ihr denn da hin? Was war das denn? Der Bug hat eine Granate geschmissen, oder? Ja, ich hab die gehört, aber ich hab nicht geglaubt, dass das wirklich passiert ist. Und da spielen jetzt irgendwelche Kiddies. Die beiden ja schon ab. Ich bin ja bereit, weil ich den Chat übelst leise mache und ich lege zurück, das ist super. Aber oben könntest du gleich welche Leute drunter springen. Bei der Küche aus, aufpassen Alex. Ach, das ist die Küche. Der ist schon offen. Ja! Ja! Fadezimmer! Danke! Wappen! Moll! Ich hab hier ein kleines Problem mit dem... ...her... ...Mitorial. Der Erklärbär! Die andere Waffe von Dokebi... Also ich bin eigentlich der große Skillgun-Typ, ne? Aber... ...die ist auch nicht schlecht, die andere Waffe. Welche? Von Dokebi mag ich eigentlich die Zweischuss-Waffe, ne? Aber... Ach, die ist die Skillgun. Ja, die nenne ich die Skillgun. Aber die andere ist auch nicht zu verachten. Ja, da hinterm Auto müsste er noch... ...woll... Wo ist das Ding überhaupt? Ach, hinter dir. Und zwar so einfach. Hallo Michi! Spick dich! Ja, das ist ja kinderfreundlich. Ähm... Ach... Verpiesel. Ich bin jetzt schon. Also die 5 HP wie ich wieder am Back, ey. Och, WTF. Shit. Was? Ihr seid... Achso, B wird gar nicht gedeckt von euch, oder was? Was? Ach, nicht? Dachtet ihr euch, das ist uncool? Ja. Nur die coolen Kids decken B. Mario, wächst du? Jetzt, äh, Player, Player. Ich hab's auch schon alle umgebracht. Achso. Meine Güte! Bring ich den letzten noch um mit, mit den Sacrifice? Ja gut, ich wusste nicht, dass da eine Proclamer ist, aber... noch schön gedropped. Weißt du? Jetzt, langsam komme ich wieder in den Schluss rein. Weißt du? Jetzt läuft es langsam wieder. Der Flow. Ja, Montagne ist drin. Und... und Ping. Zieht jetzt den Stachel raus. Den hat er ja gesehen, wahrscheinlich. Nein! Äh, Cielo hoch! Sehr gut, sehr gut. Oh, ne, du hast den. Also ich hab nicht, ich hab nicht Dingens, ne? Achso, Monty ist noch. Ja. Ja. Und einer rechts. Okay, wie? Okay, wie? Okay, wie tot. Sorry, ich hab zu lang gebraucht, Mario. Smoke, Smoke, Smokey auf A, Chris, Monty, Monty und noch was. Planted, 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 hab ihn. Casual Front, Twitch, rennt Richtung Stairs, Yellow. Die ist immer noch irgendwo in Visa. Ja, die ist irgendwo hier in Visa. Das war zuerst ein bisschen verengst. Ich wollte einfach hier im Kopf, hab damit ein bisschen zu hoch. Okay, wir haben ihn. Fuck, fuck, Schläge, Schläge, Schläge! Ja! Ich hab den doch gesehen. Da. Und ich hab ganz kurz die Waffe da gesehen. Da, kurz rechts. Das hat mir schon gereicht. Ach du Scheiße, du bist ein richtiger Pro bist du. Nein, nein. Ich fahr von den Racken unten. Jetzt wird der rot. So um und du. Soll ich mich einsperren? Nein, nein, mach das nicht. Du hättest eigentlich die Wand machen können, Omo. Oh man, das ist zu spät. Das ist jetzt zu spät. Okay, und dann aufpassen auf dem Fenster, weil da kein Glas durchschießen. Ja. Aber Omo, direkt am Anfang musst du die Sachen machen, ey. Mit den Wänden. Mit den Türen. Also nicht bei Türen, wo wir durchlaufen, sondern bei... Zum Beispiel der Außentür. Wichtigste Regel der Kesse. Lass mich jetzt verteidigen. Nein, nein, Junge. Können wir sonst... Okay, was, was doch. Sperr dich da ein, sperr dich da ein. Mach das. Sperr dich da von da ein. Bleib da stehen, bleib am Leben. Warum sagst du das auf einmal? Du sollst das jetzt machen! Aber wie gesagt, ein kleiner Tipp. Ähm... Als... Warum bin ich eigentlich hier draußen? Sind sie hier drin? Muss rausgehen. Kleiner Tipp, so am Rande. Als äh... Kerstespieler aus den Türen und aus dem Fenster, also noch draußen. Immer so voll, aber als erstes machen. Wenn ich jetzt U drücke, bin ich im Spiecher drin. Kurz. Ja, kannst du sprechen mit den Leuten. Aber nur solange ich U drücke, oder wie? Ja, ja. Au! Au! Ich komme! Nein, bleib da. Ja. Junge, schlau? Ja, lass, lass, lass. Ja. Na, lass, 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 lass. Schw.. Warși schlau. Na, lass f census. Tut mir le auf, war ich in 민주. Diffuser liegt bei mir. Hey, sind alle Kameras am Arsch? Ne, warte, ne. Zwei Stück nur. Aber du hast Spaß an, das kommt nach drei Geschmiss, ne? Und dann? Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss.